Aufstehen, wählen gehen! Hey, wir sind von den Jugendhäusern in Kehl und wir werden dir jetzt erklären, was dieses Jahr bei der Kommunalwahl alles so los ist und was du eigentlich damit zu tun hast. Am 26. Mai 2019 ist es soweit, also merkt ihr dieses Datum gut. An diesem Tag kommt einiges auf dich zu. Wenn du 16 Jahre oder älter bist, kannst du den Ortschaftsrat, den Gemeinderat und den Kreistag wählen. Bist du schon über 18, kannst du sogar bei der Europawahl mitmachen. Dann schauen wir uns die verschiedenen Wahlen mal an. Jetzt geht es um den Kreistag. Wie du schon gehört hast, ist die Stadt Kehl mit ihren umliegenden Ortschaften eine Gemeinde. Mehrere dieser Gemeinden bilden einen Landkreis. Unser Landkreis ist der Ortenau-Kreis. Jeder Landkreis wird von einem sogenannten Kreistag vertreten. Was ist denn ein Kreistag? Wie du weißt, ist der Gemeinderat für die Gemeinde Kehl zuständig. Beim Kreistag ist das ähnlich, nur nochmal größer. Er ist nicht nur für Kehl zuständig, sondern auch für den gesamten Ortenau-Kreis. Der Ortenau-Kreis wird für die Wahl in 13 Teile aufgeteilt. Diese einzelnen Teile werden Wahlkreise genannt. Aus jedem Wahlkreis kommen Leute zusammen, die gemeinsam bei verschiedenen Themen für den Ortenau-Kreis entscheiden. Diese Versammlung nennt man dann den Kreistag. Alle acht Jahre bestimmen die Leute im Kreistag einen Vorsitzenden. Dieser wird ein Landrat oder Landrätin genannt. Und was macht dieser Kreistag eigentlich? Der Kreistag kümmert sich um alle Aufgaben, die den Ortenau-Kreis betreffen und von den Gemeinden nicht selbstbestimmt werden können. Eine dieser Aufgaben ist zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr. Der Kreistag entscheidet darüber, wie die Busse und Züge zwischen den Gemeinden fahren. Es ist nämlich wichtig, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall zu ihren Schulen kommen. Eine weitere Aufgabe ist zum Beispiel der Bau von Straßen, um die Gemeinden im Landkreis besser zu verbinden. Der Kreistag kann auch über die Unterstützung von Kulturangeboten wie Museen und Musikschulen entscheiden. Jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen, was der Kreistag so macht. Wie das mit dem Wählen funktioniert, erklären wir dir im nächsten Video. Wie das mit dem Wählen ist.